Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA 15 im Seasons-Modus. Liga 1, wie immer, gebrochen Sieg. Dringend. Sehr, sehr dringend. Wir brauchen zwei Punkte aus drei Spielen, um es ganz leicht zu sagen. Nach drei Niederlagen bin ich etwas bedient. Besonders nach den letzten zwei, die auch noch in dieser Session laufen. Nicht gut. Nicht gut. Wirklich? Ja. So, endlich mal ohne Regen gegen Chelsea. Ich hoffe, diesmal wird es was. Kommt, Leute. Ich drücke auf Passen. Was soll ich mir machen? Das ist eigentlich Rot. Ganz nebenbei ist es Rot. Er dürfte sich nicht beschweren, wenn er Rot bekommen würde. Nur, ich drücke es ja nicht. Was soll ich denn da machen? Momentan verarscht mich FIFA irgendwie. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Als in der Art und Weise verarscht zu werden, zumindest. Vamos. Zum Modric. Nächste Saison hoffentlich wird es besser. Marcelo. Modric. Wieder Marcelo. Wieder Modric. Benzema. Kommt nicht durch. Benzema. Unfassbar. Ich weiß nicht, warum der Ball nicht reingeht. Man, sorry, aber was ist das? Ronaldo wieder auf dem Weg zum Tor. Ronaldo. Ronaldo, bitte mache ihn endlich. Endlich. Endlich ein Tor. Ergner gibt auf. Bitte sein. Meine Verbindung. Das wäre nahezu unmöglich. Das ist genau während ich das Torschieße die Verbindung gehabt. Aber wenn mich EA hat, dann wäre es schon möglich. Bald bin ich gezwungen, hier Siege zu kaufen. Gott sei Dank. Diesen Sieg zählt. 15 Punkte. Durchsimmer. Feierabend. Puh. Indiege eins verdienen. Das ist alles. Zwei Schüsse, eins aufs Tor, meine Damen und Herren. Okay, diesmal lief es besser. Muss ich nicht sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschau. Und los geht's im Santiago Bernabeu gegen Bayern München. Gegen die habe ich noch eine Revanche. Gegen Chelsea haben wir es geschafft. Bayern noch nicht. Neue Saison. Wir sind wieder bei null Punkten. Zehn Spiele sind übrig. Auf dem Weg zum Liga-Pokal. Hoffe ich doch. Uiuiui. Wir haben Gegner erwischt, was leckt. Zumindest kurz mal. Mils fällt mir. Sehr. Ich starte ungern mit einer Niederlage in dieser Saison. Also ich will gar gemein, ungern mit einer Niederlage wie jeder andere auch. Aber da ist es noch bitterer, finde ich. Benzema. 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 Boateng blockt das Scheißding. Oh oh, ganz unten. Jetzt wird's eng. Ho 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 ho. Da war Gefahr im Verzug. Gut gemacht, Pepe. Der geht nach ganz außen. Nicht gut. Pepe. Oh, Navas. Sauber gehalten. Das war mal richtig stark. Modric. Immer noch. So, schön gemacht. Gut. James Rodriguez. Schafft's leider nicht. Schön die Lücke genommen. Ronaldo. Schafft's nicht. Schon wieder nicht. Ich krieg den Ball nicht rein. Und er fliegt. Gibt Freistoß. Verbindung unterbrochen. Was ist jetzt los? Bekomme ich jetzt durch die Niederlagen vor ich ihn einfach so siege? Was ist mit meinen Gegnern los? Ja, ich hab gewonnen. Das fühlt sich irgendwie nicht so geil an. Ja, okay. Also ich meine, ich war überlegen, aber so ist es nicht. Wann hat denn der letzte aufgegeben? Sind es zwei Stück, die schon aufgegeben haben? Na okay. Gut. Mein. Schön. Wird wahrscheinlich dann das letzte Spiel in das hier in einem Video zusammenpacken. weil es jetzt zwei Siege waren direkt. Ich meine, zwei halbe Spiele eigentlich durch die, durch das aufgeben der Gegner. Okay, dann würde ich sagen, man sieht es nicht in der nächsten Folge. Ciao. Ciao. Herzlich Willkommen zur nächsten Folge von FIFA 15. Seasons Modus. Wie immer Real. Und dieses Mal Real. Gegen Real. Und wir haben ein Spiel. In weiß. Ronaldo. Ja, ja, ja. Der segelt voll vorbei. Der segelt voll vorbei. Und jetzt geht's PP gegen Ronaldo. Oh, den macht er fast rein. Ganz oben. Marcelo muss mithalten eigentlich. Tut er nicht. Bail. Hat er gut gemacht. Hat er richtig gut gemacht. Hab ich mich voll verschätzt. Kaum jemand würde sowas machen. Hat er wahnsinnig schön rein gemacht. Aber wir sind hinten. Das gefällt mir gar nicht. Ach komm. Nur weil der seine komische Drehung da macht. Ist noch lange kein Foul. So, Ronaldo. Oh. Was? Ist ja ein Witz auf Rädern. Ich krieg's den Torhüter aus. Der reißt mich von beiden rundherum. Kein Foul. Nö, nö. Nö, nö, nö. Kein Foul. Na. Da war doch alles in Ordnung. Woher denn Foul? Wie kommst du denn da drauf? So ne bescheuerte Idee. Los macht das toll. Ronaldo wieder auf dem Weg. Hier ist ein Chance für ein Counterattack. Kann sie machen nichts davon? Meine Fresse! Hab ich nicht gut gemacht. Hab ich gut vorbeigekommen, aber nicht gut geschossen. Groß. Bale. Wieder groß. Und wieder Bale. Bale ist vorbei. Benzema mit dem Nachschuss. Ganz ins Eck. Kassiers hält. Gut gemacht. Gegen den Haini da. Bale. Spielt ihn rein. Mach ihn! James Rodriguez. Sauber. Ganz, ganz sauber. Und höchst verdient. Und endlich mal wieder ein Tor. Bale. 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 Dann ist das Ding. Und wieder leckt's. Wie saue. Und wieder mal ist die Verbindung ab. Also was ist denn hier los? Ich hab wieder gewonnen. Erst hasst mich FIFA, jetzt liebt mich FIFA, oder was? Ich glaub das packe ich ja auch noch in die gesamte Liste mit rein. Ja, mach mal halt drei Spiele in einem Video. Was auch jetzt. Gut. Schön. Bis zum nächsten Mal. Falls nächste Folge wird. Oder noch in dem gleichen Video. Keine Ahnung. Mal schauen. Bin eigentlich ganz happy momentan.